Ich begrüße euch zurück hier im Institut bei Fallout 4. Oh man, die große Fraktionswahl steht unmittelbar bevor, zumindest gefühlt. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wirklich endgültig entscheiden, werden wir auf jeden Fall hier in der Aufgabe, die Schlacht von Banker Hill noch einmal sowohl die Bruderschaft als auch die Railroad von dem Vorhaben von Sean informieren, oder? Heißt sozusagen, uns beide Wege nochmal ein bisschen eröffnen. Die Schlacht von Banker Hill informiert die Railroad, informiert die Bruderschaft. Damit hintergehen wir zwar Sean, aber sorgen gleichermaßen dafür, dass noch kein allzu großes Ungleichgewicht zwischen den Fraktionen entsteht. Ich finde, das sind wir den Fraktionen schuldig. Ebenfalls möchte ich gerne einmal nachschauen, ob wir vielleicht für die Fraktion noch weitere Aufgaben erfüllen können, ohne uns direkt dafür zu entscheiden. Denn aktuell haben wir uns ja noch nicht entschieden, oder? Wir haben zwar einige Aufgaben fürs Institut erledigt, aber ich glaube nicht, dass das irgendetwas ist, was jetzt direkt Einfluss auf die Bruderschaft genommen hat. Pam will dich sprechen. Sie hat mir erklärt, warum, aber ich hab's nicht verstanden. Klingt wichtig, lieber Trommler. Desdemona? Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Angeblich hast du das Institut gefunden. Du warst dort und hast es überlebt. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Ja, schon ein wenig, aber... Hm, woher willst du das denn wissen, liebe Desdemona? Wo hast du das denn her? Deacon hat mir davon erzählt. Und wie immer gibt er seine Quelle nicht preis. Wie gesagt, wir wollen... Wir weichen mal aus. Hört sich wirklich verrückt an. Immerhin leugnest du es nicht. Deacon kann beweisen, dass du dich ins Institut teleportiert hast. Du bist sicher zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Oh, Mann. Also glaubst du, die Minutemen würden den Synths definitiv nicht helfen? Meinst du, dass die Minutemen den Synths nicht helfen werden? Die Minutemen spiegeln den Charakter der Bewohner des Commonwealth wider. Und dieser Charakter hat sich immer und immer wieder als von Grund auf schlecht erwiesen. Die Synths sind die Blitzableiter für ihren Hass auf das Institut. Wenn sie ihnen helfen müssten, würden sie meutern. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Nimm dir Zeit. Überleg es dir. Aber vergiss nicht, dass das Schicksal der Synths buchstäblich in deinen Händen liegt. Du bist der Wahnsinn. Du hast es bis ins Institut geschafft. Kann man so sagen, ja? Glory. Wir werden es tun. Ich weiß noch nicht wie, aber... Wir werden auch mehr Leute retten. Pam. Bestätige Anwesenheit der abtrünnigen Variablen. Datenausgabe. Es gibt drei einzelne Meldungen von Runner-Aktivitäten. Analyse abgeschlossen. Basierend auf Aktivitätsmuster, Position und vermuteter Bewegung der Ziele. Fazit. Das Institut sucht aktiv nach Railroad-Elementen. Kurzfristige Lösung. Runner eliminieren, wo immer sie auftreten. Oh Mann. Ja, das würde aber meine Tarnung definitiv zerstören, oder? Würde es mich nicht meine Tarnung kosten, wenn ich einen Runner töte? Zwei Fakten. Fakt 1. Wenn die abtrünnige Variable niemanden überleben lässt, wird die verdeckte Mission zu 1,3% kompromittiert. Die Railroad-Anführerin betrachtet dies als akzeptables Risiko, wenn es dem Schutz der aktuellen Railroad-Organisation dient. Fakt 2. Nur Agenten, die als schwere Kaliber eingestuft werden, können Runner besiegen. Okay, wir sind ein schweres Kaliber. Na gut, dann rede weiter. Red weiter. Das Ziel Runner Alpha befindet sich mit Synths älterer Generationen an einer befestigten Position. Eliminieren Sie die Runner-Variable und lassen Sie niemanden am Leben. Ende der Diskussion. Du kannst es bei uns weit bringen, das weiß ich. Deacon? Ähm. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Ah ja. Nee, eigentlich nicht. Jetzt gar nicht. Tja, wenn du es dir anders überlegst. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Fraktionen, diese Fraktionen. Carrington? Hey, Doc. Ich bin sehr beschäftigt. Na, dann Schuss. Päh. Der ist Dämona. Bitte, arbeite mit uns zusammen, nicht mit den Minutemen. Es geht um das Leben einer Menge Synths. Wenn das so ist, arbeite ich mit euch zusammen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut. Was ich dir jetzt erzähle, ist eins der bestgehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Es gibt einen Mann im Institut. Vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Synths zur Flucht verhilft. Dutzende von Synths verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Daher musst du das Institut infiltrieren und Kontakt zum Patrioten aufnehmen. Okay, das klingt alles andere als einfach. Es wird schwierig werden, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Zum Glück hat Tom eine Möglichkeit gefunden, wie wir es schaffen können. Wir können eine verschlüsselte Nachricht auf einem Institut-Terminal hinterlegen. Und wenn alles gut läuft, antwortet er. Geh einfach zu Tom. Er erklärt dir alles weitere. Man, du warst da tatsächlich drin? In der Höhle des Löwen? Ja, sozusagen. Ich weiß es nicht. Hey. Ich weiß nicht so recht. Gar nicht verstehen. Das Institut infiltrieren? Ich würde mir in die Hose machen. Aber ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Sprich mit Tom. Er sagt dir, wie du mit dem Patrioten... Verstehe ich das richtig, dass wir hier jetzt schon die erste Entscheidung treffen, welche Fraktion wir nehmen? Kann ich mit dir reden? Beschäftige dich etwas? Ja, wir könnten sie auf jeden Fall schon mal wegen Banker Hill warnen, oder? Das Institut weiß über Banker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Der Alte sitzt auf diesen vier Synths. Es gibt keinen anderen sicheren Ort für sie. Es ist wichtig, die Deckung beizubehalten. Aber das hier... Das Opfer ist zu groß. Okay. Das heißt... Wie viel Schaden würde entstehen, wenn wir sie angreifen lassen? Uns gehen die Verstecke für unsere Synths aus. Darum setzen wir sozusagen alles auf eine Karte. Was würden wir verlieren? Vier Synths? Stockton? Einige unserer besten Agenten und die unvermeidlichen zivilen Opfer? Nein. Diesmal nicht. Wir wussten nie, wann und wo das Institut angreift. Aber jetzt haben wir die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir warten, bis der Feind in Position ist und schlagen dann zu. Hart. Niemand von ihnen kommt Leben zurück. Nur du. Verstanden? Okay. Um das soll das Institut glauben? Wird das Institut nicht misstrauisch, wenn nur ich übrig bleibe? Du bist zäher als irgendjemand sonst bei ihnen. Wenn nur eine Person es überleben kann, dann du. Und es gibt keinen Widerspruch zu deiner Geschichte. Wir dürfen nicht zu früh angreifen. Wir müssen sie in die Todeszone locken. Dann schnapp die Falle zu. Du wirst wissen, wann. Wahrscheinlich gibt es eine Runner-Eskorte. Die musst du ausschalten. Das sollte nichts Neues für dich sein. Ist trotzdem gefährlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das Ganze ist es auch wirklich wert? Ist es das alles wirklich wert? Wir dürfen Stockton und die Sins nicht opfern. Wir sind zu wenige. Und wir können sie nicht verlegen, ohne ihre Deckung in Gefahr zu bringen. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also tu es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich will Tüfteltom nicht... Soll ich Tüfteltom wirklich... Ich will dir das nicht geben, um ehrlich zu sein. Das ist doch schon definitiv eine Entscheidung, Militeman oder Railroad, oder? Oh Mann, du warst da tatsächlich drin? In der Höhle des Löwen? Wenn dir die Militeman ein Holoband gegeben haben wollen? Ich möchte es eigentlich behalten. Ich behalte es wohl vorerst lieber. Keine Hektik, Mann. Wann immer du bereit bist. Hi. Gibst du mir bitte das Holoband? Sonst finden wir den Patrioten nie. Wird das funktionieren? Oh, sicher, Mann. Absolut. Absolut. Naja, vielleicht. Weißt du, der Patriot schickt uns verschlüsselte Nachrichten. Hat eine Weile gedauert. Der Typ ist schlau. Aber jetzt kann ich sie duplizieren. Also machen wir ihn mit seiner eigenen Verschlüsselung auf uns aufmerksam. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich behalte es wohl vorerst lieber. Keine Hektik, Mann. Wann immer du bereit bist. Ich speichere hier und ich werde das Holoband zuerst den Minuteman geben. Ich würde gerne alle vier Fraktionen zeigen, wenn ich ehrlich sein darf. Aber dass hier schon eine Entscheidung kommt, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wir reisen jetzt einmal ganz schnell nach Sanctuary. Wobei, wir könnten natürlich auch zuallererst die Aufgaben weiter erledigen, die Institutaufgaben. Bis uns da wirklich die Entscheidung abgefragt wird. Noch sind wir fraktionslos, sage ich mal so grob. Wir könnten zwar jetzt für die Bruderschaft... Ne, wir könnten... Doch, ne. Wir könnten jetzt... Ne. Wir sind faktisch gesehen noch fraktionslos. Jede Aufgabe, auch die von Banker Hill, denke ich mal, wird keine Fraktion ausschließen, oder? Ja, ich versuche gerade irgendwie die Komplexität des Spiels zu verstehen. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt sind wir auf der Pridman. Wir werden jetzt erstmal hier Bescheid sagen und den Plan des Instituts ausplaudern. Die beiden optionalen Aufgaben bin ich allen Fraktionen schuldig, wie ich finde. Du bist also der neue Seite, von dem ich gehört habe. Gut möglich. Oh, Mann. Hoffentlich hat das keine schlimme Auswirkungen. Ihr habt ja gehört, die Railroad will jetzt in Banker Hill auf jeden Fall eingreifen. Oh, Mann, oh, Mann. Zuallererst sollten sie Proctor Ingram das Holobahn bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa zehn Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten, Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuhören. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten. Eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Ja, die kennen wir ja bereits. Und zwar doppelt, sowohl aus dem Institut als auch aus Forder 3. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft. Und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Ja, aber sollte man sie denn nicht gehen lassen, wenn es ihre freie Entscheidung war? Ich bin überrascht, dass die Bruderschaft sie hat gehen lassen. Hätte ich das Kommando gehabt, hätte ich das nicht zugelassen. Sie war ein wertvoller Aktivposten. Ihre Mission ist einfach. Sobald sie im Institut sind, machen sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen sie, sie sich wieder der stehlenden Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt. Und dafür brauchen wir sie. Ja, gibt es denn noch mehr über Dr. Lee selbst? Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Tut mir leid, diese Information ist streng geheim. Das verstehen sie sicher. Behalten sie einfach immer ihre Mission im Blick und lassen sie sich durch nichts von ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück, Ritter. Finde Dr. Lee. Also die Aufgabe sollten wir auch erfüllen können, oder? Ja, wir werden das Holoband noch nicht übergeben. Wie gesagt, drei Fraktionen sehe ich aktuell, drei Möglichkeiten. Ich weiß nicht. Irgendwie mag mir gelehrten Iriah ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr. Okay. Ihr kleiner Zoo, das kann man falsch verstehen. Boah, sieht so klasse aus. Na gut, da würde ich sagen, äh... Wir haben... Ich wollte schon hier zum Institut reisen, um dort dann Dr. Lee zu überzeugen. Lee war ja auch nicht wirklich zufrieden, meine ich, oder? Sie haben Ihre Befehle, Soldat. Dann los. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, den flohenden Sins aus Banker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Ja, dreimal darfst du raten. Ich habe die Information vom Institut selbst. Und es war gut, dass Sie mir direkt davon berichtet haben. Gut gemacht, Soldat. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Vernichten Sie die Sins in Banker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Ich sage Kells, dass er Ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Wegtreten, Soldat. Okay, sehr schön. Wie gesagt, die Aufgabe sorgt dafür, dass wir uns auf jeden Fall noch alle Optionen warm halten, sozusagen. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt einmal auf zum Institut. Dr. Lee, das sollte ja, wie gesagt, keinen Einfluss nehmen, oder? Es wartet immer schon die nächste. Jaja. Das Institut. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich würde gerne zuallererst die Entscheidung der Bruderschaft treffen. Zuallererst würde ich mich gerne für die Bruderschaft einsetzen. Weil ich auch aus Fallout 3 eben die Ideale der Bruderschaft sehr schätze. Damals, wie gesagt, durch den ältesten Lions mit der Aufrechterhaltung der Ordnung, und der war halt auch tolerant. Lions hätte sicherlich die Sins, die wirklich menschlich sind, sage ich mal vorsichtig, akzeptiert. Glaube ich. Ah, ich weiß ja nicht. Ältester Maxen will, dass ich während meines Eindringens in das Institut Dr. Madison Lee kontaktiere und sich davon überzeuge, für die Bruderschaft an einem Spezialprojekt zu arbeiten. Na, wenn das mal funktioniert. Nee, glaub mir, Sean ist anders auf die Welt gekommen als ihr. Es ist alles so merkwürdig. Und es ist so schwierig, sich zu entscheiden. So unglaublich schwierig. Hä? Hier? Achso. Natürlich. Die fortschrittlichen Systeme. Ich denke mal, das wird gar nicht so schwierig, sich zu überzeugen. Oh, Mann. Dr. Lee. Die Bruderschaft will sie... Oh Gott, da steht Sean, der kleine Junge. Das ist so gruselig. Dr. Lee? Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Okay. Ja. Raus damit. Die stehlende Bruderschaft hat mich geschickt, dich zu finden. Du redest nicht um den heißen Brei rum, das muss ich dir lassen. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast zehn Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Nein. Du sollst nicht sterben. Ich bin nur mit den besten Absichten hierher gekommen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Du gibst mir dein Wort, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben? Na gut. Hm. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauens... Ja, der Vertrauensvorschuss geht aber nicht auf meinen Controller, wie ihr sehen könnt. Vorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Die Bruderschaft braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Ähm, ja. Die Bruderschaft schätzt dich aber sehr, das stimmt. Die Bruderschaft hat deine Anwesenheit geschätzt und wir möchten, dass du zurückkommst. Ach, wie nett von ihnen. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Vertrauen. Vater vertraut mir. Das solltest du auch tun. Spar dir das. Ich bin Wissenschaftlerin, keine Soldatin. Die Bruderschaft will meine Arbeit, um zu zerstören und zu beherrschen. Ich habe kein Interesse, wieder ein solches Leben zu führen. Ich gebe es auf. Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Okay. Spielen wir dein Spielchen. Ich hatte einen Kollegen hier unten. Einen Dr. Virgil. Vor ein paar Monaten gab es einen Unfall in seinem Labor, bei dem er getötet wurde. Ich wollte bei der Untersuchung helfen, aber Vater hat das Labor versiegeln lassen und behauptet, es wäre kontaminiert. Das macht... Mann! Mann, Mann, Mann! Hör auf! Hör auf, Controller! Aus! Der Vorfall hat mich nie losgelassen. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Vater ihnen ausweicht. Wenn du mir verlässliche Informationen darüber bringst, wie Virgil gestorben ist, sehe ich das als Gefallen der Bruderschaft und ziehe dein Angebot in Erwägung. Abgemacht? Ja, wir haben das Fotoband von Virgil ja sogar schon. Was für ein Zufall. Ich habe etwas, das dich überzeugen könnte. Wie hast du... Vergiss das. Zeig mal her, was du da hast. Woher weiß ich, dass du dich an unsere Ahnung hältst? Ich habe nicht versprochen, dass ich zur Bruderschaft zurückkehre. Ich habe gesagt, dass ich es in Erwägung ziehe. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Wenn die Bruderschaft es nicht tun würde, hätten sie dich nie geschickt, um mich zu finden. Und jetzt gib her. Na gut, wir haben wohl keine Wahl, oder? Aber es sind sicherlich schlechte Neuigkeiten. Hier, nimm. Ein Holoband? Ich hoffe sehr, dass das keine Zeitverschwendung ist. Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach... Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also... Gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort. An dem ich nicht mal die Runner finden werde. Sie haben mich belogen. Sie haben mich belogen. Und ich habe nicht mal gemerkt, wie weit die Lügen gehen. All die Jahre der Treue. Für nichts. Ganz egal, wie sehr es schmerzt. Du musstest die Wahrheit erfahren. Und dafür danke ich dir. Ich bin ins Institut gekommen, um Abstand zur Bruderschaft und zur ganzen Welt zu gewinnen. Ich wollte einfach in Ruhe forschen. Vater nahm mich auf und gab mir Zugang zu Technologie, von der ich nicht mal zu träumen gewagt hatte. Ich war arrogant und stumpfte mit der Zeit immer mehr ab. Ich dachte, das Institut will etwas zum Wohl der Menschheit tun. Vielleicht auf eine eigene, etwas verdrehte Art. Aber immerhin. Aber jetzt weiß ich, dass alles vergebens ist, wenn man den Leuten, für die man arbeitet, nicht trauen kann. Wenn sie wegen Dr. Virgil gelogen haben, wer weiß, worüber sie noch gelogen haben. Oder was sie wirklich mit meiner Arbeit anstellen wollen. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren, aber ich muss das allein machen. Ich kann nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Und auf einmal ist mir das Institut unsympathisch geworden. Und die Bruderschaft umso sympathischer. Ist das Institut nicht auch ein bisschen egoistisch und selbstgesteuert? Ich meine, ihnen liegt ja auch schließlich letztlich ihr eigenes Wohl mehr am Herzen als alles andere, oder? Wenn ihr mal überlegt. Wie wichtig ist dem Institut bitte das eigene Wohlergehen? Grenzenlos. Wie wichtig ist ihnen das Wohlergehen der Oberfläche? Wohl kaum, oder? Ich meine, sie versuchen weder Raider zu besiegen. Ja gut, sie holen ihre Sins zurück, aber sie setzen keine Sins ein, um beispielsweise Raider oder Verbrecher zu jagen. Das ist denen gänzlich egal. Sie sind sehr, sehr egoistisch. Auch wir haben ein paar Mal gehört, dass da die Aufgabe liegt darin, das eigene Wohlergehen und die eigene Sicherheit zu sichern. Nicht etwa das der Menschheit, oder? Naja. Das Institut ist genauso egoistisch wie die Bruderschaft. Nur, dass ich eben von der Bruderschaft weiß, dass sie Frieden bringen wollen. Aber was will das Institut? Ich traue Sean nicht. Ich traue ihm ganz und gar nicht. Die Millitemen sind ja eine Art Bürgerwehr. Ja, die Railroad macht auch großen Mist, wenn es um die Sache mit den Sins befreien und Sins löschen geht. Das ist ja auch alles verkehrt. Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Sie wird sehr kooperativ sein. Ich habe sie davon überzeugt, dass das Institut der Feind ist. Nicht die Bruderschaft. Gut gemacht, Ritter. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pridwen verhören. Sie stand zehn Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, ich glaube, Sie haben noch ein paar Daten, auf die Proctor Ingram schon sehnlichst wartet, oder? Ich will, dass Sie sie ihr sofort bringen. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Ja, die Aufgabe kommt wir jetzt auch erfüllen. Das ist noch eine Nebenaufgabe, die wir auf jeden Fall erfüllen können. Die Schlacht von Bankahill müssten wir auch lösen können. Aber das ist eher was fürs nächste Mal. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir die Schlacht von Bankahill erledigen. Entfernung der Variable, Reap Yachthafen. Ein unkontrollierter Runner kann der Railroad erheblichen Schaden zufügen, also muss ich ihn eliminieren. Später vielleicht. Ich möchte mich eigentlich jetzt nicht so gegen das Institut entscheiden. Oder gegen das Institut stellen. Ich würde viel lieber nach Bankahill reisen und dort aber im nächsten Mal... Achso. Und dort aber im nächsten Mal tatsächlich durchstarten, indem wir... Ja. Weiter fürs Institut fälschlicherweise die Aufgabe erfüllen, aber in Wirklichkeit erfüllen wir es ja noch total unabhängig, weil wir allen Fraktionen Bescheid gegeben haben. Und letztlich werde ich euch höchstwahrscheinlich alle Enten präsentieren, aber ich habe mich entschieden, zuerst den Weg der Bruderschaft zu gehen. Denn ich muss ehrlich sein... Die Railroad enttäuscht mich. Denn es gibt auch durchaus Sins, die nicht das sind, was sie sein sollten. Das Institut selber, ihr habt es jetzt mit Dr. Lee wieder erfahren, ist wahnsinnig egoistisch und... unfair, ungerecht, was sie da auch mit Virgil angestellt haben. Und die Bruderschaft ist eben radikal, aber effizient. Und gäbe es keine Sins, gäbe es auch keine Railroad, dann gäbe es diesen Konflikt. Ethisch gesehen ist das mit den Sins vielleicht sowieso komplett verkehrt. Daher würde ich auf jeden Fall zuerst die Bruderschaft unterstützen. Mein erster Schritt wäre die Bruderschaft. Aber okay, wir erledigen erst hier die Schlacht von Bankahill und danach geht es dann wahrscheinlich mit dem Holoband ans Eingemachte. Oh man Leute, es tut mir leid, aber es ist so schwierig. Wirklich, wenn ich schweige, dreht sich mir im Kopf alles hin und her, weil ich nicht weiß, welche Fraktion ich mich anschließen soll. Das ist unglaublich verrückt. Okay, so Leute, Bankahill, die Schlacht von Bankahill. Ich bin gespannt, was sich hier ergeben wird und vor allen Dingen, wie das Ganze jetzt wegen dem Wissen aller Fraktionen aussehen wird. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit Fallout 4. Und ihr merkt, langsam aber sicher kommen wir in die heiße Phase, in der es heißt, leben, leben lassen, sterben, töten oder töten lassen oder so ähnlich. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier, dann mit der Schlacht von Bankahill. Let's go, pal. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.